Wir haben eine Einladung von Klaus zum Abendessen. Das ist ja schön. Ja, aber ausgerechnet jetzt, wo Oma und Opa im Urlaub sind. Ist das denn schlimm? Hm, naja, wenn sie nicht da sind, wer soll dann auf euch aufpassen, wenn wir zum Abendessen gehen? Mhm. Vielleicht können wir ja einen Babysitter suchen. Babysitter? Ich bin noch kein Baby mehr. Na, dann eben ein Kindersitter. Was meinst du? Wozu denn? Weil ihr nicht allein zu Hause bleiben könnt. Ich kann doch bei Anna oder Simon schlafen. Hm, und Jakob? Soll er allein hierbleiben? Nein, ich will nicht alleine sein.